Ich habe ein bisschen Angst. Ach, brauchst du nicht. Ich bin doch bei dir. Bibi, Ethan! Wo sind wir? Da ist ja was Feuchtes da. Das ist alles so grün hier. Und dunkel. Da schlingt sich was um meine Hand. Ach, ich kann ja gar nichts erkennen. Sieh mal da oben. Da kommen Sonnenstrahlen durch das Grün. Und da, da sind ja Äffchen. Oh, sind die aber niedlich. Aua! Vorsicht, die werfen mit Kokosnüssen.